ja hallo willkommen zu einem neuen video hier auf meinen kanal heute will ich mal nicht reden das wird ein gameplay video von chapter 3 die erste runde und ich hoffe das video wird euch gefallen deswegen sage ich euch schon mal das ist schon mal ein krasses video ich schulde euch wohl eine erklärung wir haben alle viel durchgemacht an das meiste erinnert ihr euch vermutlich gar nicht ihr habt alle tapfer gekämpft aber wir müssen den nullpunkt befreien sonst werden wir weiterhin bedroht immer wieder kein weg führt daran vorbei deswegen brauche ich eure hilfe der eu muss fein solange sie den nullpunkt weiter ausbeuten ist alles in gefahr mit eurer hilfe können wir uns befreien und die schleife für immer verlassen und nach hause gehen so ich bin auch hier in der ersten runde ich bei einem neuen Ort landen der heißt Christy Kruf ich bin der Bürgermeister von Christy Kruf deswegen lande ich auch dort ich wusste nicht mal dass Christy Kruf in Chapter 3 wieder gibt freut euch auf das Gameplay Video ja bis dann bis dann Okay. Es gibt einfach ne neue Waffe und die finde ich schon richtig krass. Guck mal den Schaden gleich an, was die macht. Guck mal das Zielfernrohr an. Finde ich auch schon krass. Diesen Punkt, damit kann ich sehr gut aim. Und ja, deswegen rassiere ich ganz fortneid damit. Und ja. Also, jetzt rede ich nicht mehr. Jetzt seht ihr das ganze Video vollständig. Ohne einen Cut. Okay. Ohne. Ohne. Okay. 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 Was ist das? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.